Am Donnerstag haben die Corona-Neuinfektionen in Österreich wieder einen neuen Höchstwert erreicht. Exakt 43.053 neue Fälle kamen in den vergangenen 24 Stunden hinzu. Damit überschritt die Zahl der Neuinfektionen sogar die 40.000er-Marke. Außerdem waren es fast 10.000 Fälle mehr als am Mittwoch, da war erstmals die 30.000er-Marke überschritten worden. Allein in Wien kamen am Donnerstag über 14.000 weitere positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestete Personen hinzu. Erst gestern wurde der bisherige Rekord mit über 34.000 Neuinfektionen vermeldet. Dieser hielt nur einen Tag. Seit Mittwoch wurden zwölf weitere Todesfälle registriert. Seit Pandemiebeginn sind somit bereits über 14.000 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben. Die derzeitigen Fallzahlen liegen im oberen Bereich dessen, was das Covid-Prognose-Konsortium für den 27. Jänner errechnet hat. Die 7-Tages-Inzidenz stieg am Donnerstag auf 2.235 Fälle je 100.000 Einwohner an. Im Schnitt kamen in der vergangenen Woche täglich rund 28.500 neue Fälle hinzu. In Summe waren es in diesen sieben Tagen 199.679 Neuinfektionen. Am Donnerstag gab es in Österreich rund 268.000 bestätigte aktive Fälle, um 23.500 mehr als am Tag zuvor. Das sind bereits beinahe so viele, wie die zweitgrößte Stadt Graz Einwohner hat. In der steirischen Landeshauptstadt leben rund 291.000 Menschen. Im Krankenhaus liegen derzeit exakt 1.315 Personen, um eine Person weniger als am Mittwoch. 180 Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut. Innerhalb der vergangenen Woche gab es hier einen Rückgang um 21 Patienten. Insgesamt müssen heute aber 226 Infizierte mehr im Spital behandelt werden als noch vor einer Woche.